Modul 3, Lektion 1, Aufgabe 1b Hört euch den Text an und kreuzt das passende Bild an. Das glaube ich nicht. Meine Eltern wollen, dass wir alle nach Deutschland ziehen. Mein Papa ist Programmierer und er hat einen Job in einer großen Computerfirma in Berlin bekommen. Und jetzt müssen wir alle nach Berlin. Das ist nicht fair. Ich will in Visegrad bleiben. Meine Freunde sind hier und meine Schule ist auch hier. Ich möchte überhaupt nicht umziehen, aber jetzt muss ich es. Meine Schwester Marina findet die Idee auch katastrophal. Aber niemand fragt uns, was wir darüber denken. Meine Freundin Anja wohnt dort in Berlin. Sie hat nämlich ein Sportstipendium bekommen. Sie findet Berlin toll. Ich hoffe, wir finden wenigstens eine Wohnung in der Nähe von Anja. Ich möchte auf dieselbe Schule mit ihr gehen. Ich möchte auf jeden Fall nicht gibts können. Ich möchte auf jeden Fall jetzt geimpft.